Seid ihr fertig? Ton läuft? Action! Swing ist der aufregende neue Beat der späten 20er Jahre, der in den 30ern Hochzeit hatte und noch so bis Mitte der 40er dauerte. Eine Musik, die vor allem von den Big Bands der damaligen Zeit geprägt wurde, von Orchestern wie Duke Ellington, Banny Goodman, Tommy Dorsey, Artich Shaw und anderen und die große Liebe meines Lebens. Das macht durchaus glücklich. Also Tänzer sind glücklich. Für mich ist Swing eine sehr ungefährliche, schöne Droge. Das ist ein Gefühl des Besonderen, der Eleganz, auch der Fröhlichkeit, des Selbstbewusstseins. Wenn ich diese Musik höre, fühle ich mich anders. Wenn ich die Musik höre, kann ich nicht mehr still sitzen. Es ist absolute Tanzmusik und darum ist es auch so populär geworden. Musik When that man is dead and gone